Okay, das könnte ziemlich kritisch werden. Der sieht auch bestimmt nicht meine Waffe da aus... herausschauen. Nein, also... Oh, ich nicht. Haben die mich ernsthaft grad nicht gesehen? Alter, nee, ne? Okay. Na gut, das ist ja auch auf normal, das Spiel, also... Vielleicht liegt es ja daran. Diese dummen Ranten, ey. Erschrecken einen unnötig. Kann ich mich auch an den vorbei sneaken? Oh, muss ich die wirklich unbedingt jetzt alle ausschalten? Oder... Ruhe in Frieden, mein Freund. Sein Opfer war nötig, damit ich weiterkomme. Oh mein Gott. Obwohl, wenn der jetzt da lang geht... Können wir uns den jetzt packen? Und ihn vernichten. Okay, es läuft besser als gedacht. Kann die mal bitte ihre Klappe halten? Das, was die macht, ist absolut verräterisch. Hey Bruder! Was geht? Können wir den ins Wasser schubsen? Ne? Okay. Sieht ein bisschen durchgerüstet aus. Ich glaube, der ist nicht mehr so sägtauglich. Oh, noch seiner. Natürlich, der letzte wahrscheinlich. Ich hoffe, das war wirklich der letzte. So, hier hoch. Das ist nicht zu übersehen, oder? Klettern. Klettern. Doch nicht klettern? Okay. Hier? Nein? X war doch klettern, oder? X war klettern. Oder ist der Eingang woanders? Hier durch? Nein? Ey, kann die mir einen Tipp geben? Ich brauche einen Tipp. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich will mich ja jetzt auch hier nicht allzu lange damit aufhalten, ne? Boah, das ist aber auch geil. So versunkene Schiffe, oder so halb versunkene Schiffe. Egal ob alte oder moderne, habe ich auch geliebt. Auch in den Uncharted-Teilen. Schön mit anzusehen. So, die steht... Aha, okay, die steht da. Also muss doch hier irgendwo hochgehen. Ach, oder sag nicht, es geht durch die Tür. Es geht einfach durch die Kacktür. Natürlich. Suchen wir uns dumm und dämlich, nur um dann eine Tür zu öffnen. Aha, wer hat denn hier verloren? Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Da hinterher! Robert! So, hier lang! Schnappen wir uns diesen Mistkerl. Was immer er erst getan hat. Ich habe nicht zugehört. Wir haben ihn gleich! Kacke, wo ist er hin? Hier? Na? Wäre ja auch zu schön gewesen. Gott sei Dank ist er ja so freundlich und wartet auf uns. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu! Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Hör zu! Lasst mich einfach rausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche! Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies! Sie sind bei den Fireflies! Was? Hör zu! Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee! Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Keine Ahnung! Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Was ein Zufall. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebens. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft. Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Also ich an seiner Stelle hätte definitiv mein Maul gehalten. Dann los. Darf ich nicht erkunden? Oder... Nein? Ich mach's einen Ausweg. Kommt. So. Ali hopp. Ich will zuerst. Okay, dann halt nicht. Ui. Oh. Ich hoffe so, dass wir zu diesen umgestürzten Wolkenkratzer kommen. Sieht das geil aus. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben's wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Also zum Beispiel im Spiel Days Gone. Da gab's ja nie so wirklich richtige Großstädte. Die man erkunden konnte. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich schade. Aber wenn's in diesem Spiel so läuft... Aber das ist ja im Prinzip kein Open-World-Spiel hier. Also kein richtiges. Nun ja. Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als wird er wirken. Gleiche dich von hinten an deinen Gegner an. Ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck, um erneut... Achso, nee. Erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Interessant. Ich muss Trainingsbücher für etwas finden, was er eigentlich kennt oder können muss. Ja, ich bin doch gleich da, Lady. Lass mich doch mal ein bisschen einsammeln. Ich will doch nicht hier in das Let's Play starten. Ohne Ausrüstung. Was denkst du denn von mir?